Ich hätte schon Bock auf Fairies. Fairies, okay. Ja, lass mal gucken, ob wir ein Fairy-Deck bekommen. Einfach ein paar schwarz-blaue Rares und dann gib ihm. So, Arsch-Diok, stimmt. Arsch-Diok, ja, Necropotenz finde ich nicht so gut im Limited. Da ist zumindest schon mal die Fairy. Aber ist auch schon ein bisschen so wie der All-Over-The-Place. Eine rot-grüne Rares, eine schwarz-blaue Rares, eine blau-weiße Rares, eine schwarz-grüne Rares. Ist halt nicht geil, wenn man eins, zwei, drei von seinen sieben Rares vier Multicolor hat, ne? Also, ich würde sagen, aber wir gucken mal, was denn die einzelnen Farben so zu bieten haben. Den hatten wir gerade schon drin. Wenn wir ein Life-Gain-Deck bekommen, ist Gryphon-Ari okay. Ja. Moment of Valor kann man spielen. Die Protective Parents kann man spielen. Savior of the Sleeping. Je nachdem, wie viele Enchantments wir in den Graveyard schicken können. Der ist richtig gut. Stockpiling Celebrant ist ultra stark. Gerade mit The Princess Takes Light zusammen. Und Besotted Knight ist okay. Und der Dutiful Griffin ist auch okay. Weiß nicht so tief, aber vielleicht können wir damit noch was bauen. Der im Slide of Hand kann man spielen. Compulsion sollte man nicht spielen. Die Karte ist nicht gut. Recent Plays, glaube ich, auch nur in blau-weiß, wenn man wirklich diese Multicolor-Ankamen hat. Hatching Plants haben wir gerade gespielt. Man sollte einfach nur darauf achten, dass man sie auch nutzt. Spellstutter ist okay. Water Wings ist fine. Ice Out ist im Sealed. Immer okay, weil die Leute alle ihre Bomben spielen. Mocking Sprite ist gut. Quick Study ist gut. Johann Stop Gap ist gut. Der komische Spellcaster ist ziemlich nice. Into the Fake Court kann man spielen. Oberas Attendance kann man spielen. Und der Prodigy ist halt auch schon mal eine Rare, die wir spielen wollen. Oh, Fairies hast du gesagt? Wir haben dreimal die One-Drop-Fairy-Disservate. Das ist schon ziemlich okay. Vampiric Rides könnte man spielen. Die Warehouse Tabby ist ganz okay. Doppel Barrow Naughty. Okay. Sollen wir das Sellsort? Das ist okay. Naja. Müssen wir mal gucken. Man kann es reinpacken. Zweimal Sugar Rush. Könnte man spielen, wenn man viel Evasion hat. Wir haben ja mit den Fairies ein bisschen Evasion. The Witch's Vanity ist eine sehr gute Karte. Fell Horseman ist okay. Taken by Nightmare ist ein guter Removal. Wisst ihr, wie die Karte auf Deutsch heißt? Das ist halt die Solaris-Kanal-Signature-Cummon aus dem Set. Das ist einfach das Kreisch-Croissant. Alter. Scream Puff ist einfach das Kreisch-Croissant. Die müssen wir eigentlich spielen. Und Shatter the Oaths als Removal kann man auf jeden Fall auch spielen. Rot hat Doppel-Lightning-Bolt. Der Typ ist okay. Der Typ ist Busted. Witch's Mark ist okay. Flick a Coin ist gut. Godric ist natürlich sehr stark. Vielleicht werden wir auch Schwarz-Rot. Wobei, die Fairy-Synergyen. Synergyen! Minecart Daredevil. Na gut, das sind alles so Playables, aber die muss man nicht unbedingt spielen. Skatterpult. Könnten sogar Shared Animosity splashen, weil die gut ist in Tribal-Decks. Weil unsere Fehlen dann Plus kriegen. Aber, naja. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Nochmal so ein Ding. Witch-Salker-Francy. Und der Bellowing-Boozer. Was hat Grün noch zu bieten? Grün fängt an bei Utopia Sprawl. Guter Ramp. Graceful Takedown. Gutes Removal. Der Typ ist okay. Oh, noch mehr Ramp. Okay. Ist nicht so bad. Witch-Salker ist okay, wenn man ein Power-4-Thema hat. Der Typ ist okay. Settle the Whites haben wir gerade auch... Ne, das ist nicht Settle the Whites. Return from the Whites. The Tang is Ban. Ein Eumel. Tja. Man könnte so in Richtung S vergehen. Oder man filtert wirklich die Fairies. Also wir haben hier als Multikolor-Karten. Johann. Der Thorns Band Troll ist natürlich noch ganz nice. Zweimal Greta. Schwarz-Grün wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Aber dann haben wir keine Fehlensynergien. Ja. Wenn man so ein bisschen... Wenn man was im... Zweimal Greta ist schon ziemlich gut. Aber ich glaube, Grün ist halt an sich nicht so stark. Und hat auch nicht so wirklich... Also wenn ihr euch das anschaut, dann ist das Food-Thema in Grün nicht groß. Wir haben keinen Tough Cookie. Wir haben keinen Night at the Sweet Tooth. Wir haben eigentlich nichts, wir haben gar keine Karte, die Food generiert in... Das ist sehr schade. Und in Schwarz auch nicht so wirklich viel. Also ich glaube, es wird tatsächlich einfach das Fehendeck. Ich glaube, das machen wir einfach. Auf Ankündigung. Man kann halt überlegen, ob man halt die Sheree vielleicht splasht. Aber wir gucken mal, was die Fehen so sagen. Man könnte gucken, ob man Rot-Blau Spells noch guckt. Das wäre okay, weil wir haben tatsächlich zweimal den Remove a Spell. Wir haben die Red Catcher, die gut sind. Wir haben Fleckgecoin, den Typen, der ziemlich nice ist. Und zweimal das Katapult. Und Witchstocker Frenzy. Und wir haben die hier. Ja, ich glaube, dass Blau-Rot sogar vielleicht sogar noch einen Ticken besser sein kann. Aber wir gucken uns erstmal die Fehen an und dann können wir immer noch entscheiden. Ich gehe mal einmal kurz raus und wieder rein. Damit die Karten auch nach Mana-Kosten sortiert sind. Ich habe dir einfach nicht zuge... Wann kreischt Croissant Crossplaystream? Ja, du. Keine Ahnung, wann. Wenn ich das Cosplay fertig habe. Okay, gut. You've heard it here first. Okay, der wird wahrscheinlich nicht dabei sein. Ja, okay. Quick study. You want stopgap? Taking my nightmares into the fake court. Oh, das stimmt. Ja, das stimmt. Oh, haben wir irgendwas mit... Warte, wir haben zwei Johann Stopgap als Bargain-Karte. Haben wir sonst noch irgendwas, was bargained? Nee. Na, die muss man nicht unbedingt spielen. Vampiric Rides muss man in dem Deck auch nicht unbedingt spielen. Aber nicht so viele haben... Nicht so viele Enchantments, die in den Graveyard gehen. Ehrlich gesagt, wir haben mal die Saga und fertig. Vielleicht Hatching Plans. Das heißt, wir können eigentlich auch das Warehouse Tabby-Gerät cutten. Dann haben wir drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf Kreaturen. Vielleicht einen Sugar Rush cutten. Water Wings macht auch nicht so viel, wenn alles von uns eh fliegt. Dann wäre das so das Deck, glaube ich. Ich packe nochmal ein paar Islands rein. Zehn, sieben passt aber nicht. Das muss ich nochmal... Okay, dann... So, weil wir doppelt schwarz haben, wir zweimal. Gut, das brauchen wir auch. Ein bisschen mehr Early Black. Okay, ich würde das so... Das wäre so unsere Feen-Variante. Ich gucke nochmal, wie das Deck aussehen würde, wenn wir Spells draften. Ja. Oder Spells spielen. Nehmen wir die mal hier raus. Wie gefällt dir das Feen-Deck? Also ziemlich gut, tatsächlich. Schon nice. Ich kann mir aber vorstellen, weil das Katapult halt auch nice ist und es wirklich ein paar gute rote Karten gibt. Bin ich auch okay mit. Wir haben ja auch Johann. Johann ist halt auch schon ziemlich nice. Hallo, hallo. Aber unsere Curve geht gar nicht. Ich glaube, Rot-Blau geht einfach aus einem Grund nicht, weil wir einfach... einfach keine Two-Drops haben. Ne, ich glaube, das geht nicht. Ich gucke nochmal, wie Rot-Schwarz aussieht. Das könnte auch noch interessant sein, wenn wir zweimal das Calus Cell-Sort haben. Und die Tabby... Und ja, bei Rot-Schwarz können wir halt keine der Multi-Color-Karten spielen. Ich glaube tatsächlich, du hast es einfach mit Ankündigung gesagt. Das wird einfach Feen. Also... Dann werden wir uns mal um die Feen kümmern, würde ich sagen. Was hatten wir drin? Wir können es einfach wieder so... Hier, Hatching Plants, Ice Out, Mocking Lips. Das Katapult-Wort-Spiel ist einfach schon ziemlich abgegriffen. Echt? Haben wir es schon benutzt? Nein. Wir noch nicht. Wir noch nicht, aber er kann noch kommen. Okay, okay. Er kann noch kommen. Was fehlt denn hier noch? Ah, Spellstarter fehlt noch. Schwarze Karten sind drin. Likeness Looter. Aber was habe ich denn hier nicht gehabt? Mal mal kurz gucken. Warehouse Tabby. Ach stimmt, Warehouse Tabby hatten wir nicht drin. Aber ansonsten passt das alles. Also ich mache nochmal... Ich mache es nochmal weg. Gerade ein Screenshot gemacht davon. Hatching Plants zweimal. Dup, 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 dup. Ja. Äh, ja. Okay, dann machen wir jetzt noch einfach noch neun Swarms dabei. Und dann haben wir das Deck. Ja, du hast es angekündigt. Ey, Feen. Und ich würde sagen, damit können wir mal gucken, ob wir... Was denkst du, wie viele Wins wir holen werden? Zehn? Zwölf? Sechs Wins sind bestimmt. Sechs, okay, alles klar. Habt ihr hier gehört? Sechs Wins. Wir dürfen anfangen. Wir haben 1-Drop into 2-Drop into Card-Draw. Äh, Keep. Ja. Vor allen Dingen surveillt der 1-Drop auch noch. Was halt... Was dem Deck jetzt hier noch fehlt... Also ich meine, Rares haben wir jetzt nicht sonderlich. Was dem Deck hier noch fehlt, wäre... So ne Curiosity. Die wär halt richtig nice. Das behalten wir mal. Nein, nein, das ist tatsächlich freiwillig hier. Sonst hätte ich mich nicht mit... Also nach dem Zahnarzt hier hingesetzt, wenn das nicht freiwillig ist. Ja, also da... Wie gesagt, da hab ich auch gesagt, du hättest durchaus mehr Bows machen können oder nicht. Oder also... Nurgle, danke dir für dein Abo. Ja, lass mal gucken, ob wir... Also es ist halt der klassische Kampf, den es schon immer gibt, ne? Katzen gegen Feen. Jetzt wurde leider eine Fee abgestellt. Was ich nur so mittelmäßig cool finde. Ah, okay, gut. Man könnte hier sogar überlegen, ob man blockt, damit man halt hier einen Play hat und eine Karte zieht. Aber ich glaube, den Flieger würde ich jetzt ungern abgeben. Okay. Oh, das ist nicht schlecht. Warte mal. Oh, das ist ja hervorragend. Einfach den 2-Drop aus dem Graveyard wiederholen und dann den 2-Drop ausspielen. Und dann hat man ja insgesamt 4 Mana genutzt. Hm. Ja, das stimmt. Und der Gegner muss jetzt vielleicht nochmal einen Candy Grapple spielen oder so. Also bisher laufen die Feen. Bestes Feen-Deck, was ich bisher hatte in dem Format. Ist auch mein erstes, aber ist auch mein bestes. Bis jetzt ging es irgendwie noch nicht. Was geht? Junge! Ja, dann behalten wir den Card Draw, oder? Wahrscheinlich. Oder den Fetzo? Ich glaube, wir behalten den Card Draw. Uncool. Aber okay. Ich meine, wir haben ja Plays. Wenn wir ein Land ziehen, haben wir ein Play. Und wenn wir jetzt kein Land ziehen, können wir eine Karte ziehen. Ist, glaube ich, okay. Also das war jetzt nicht das beste Rankles Prank, was die Welt je gesehen hat, aber es war schon nervig für uns. Wenn er das vorher gespielt hätte, wäre es richtig doof gewesen. Aber so geht's. Dann würde ich sagen, ziehen wir erst mal eine Karte. Okay, Länder sind einfach nicht mehr da. Seit wann lauft Feen? Ja, das... Keine Ahnung. Ja, sieht doch super aus. Also, bisher... Oh, den hatten wir theoretisch auch. Ja, würde ich mal nicht blocken. Land. Ach so, Land haben wir ja eh nach oben gelegt. Dann machen wir den Fetzo weg und geben hier die Wicked Roll drauf. Check. Rodjumper, danke dir für ein Follow. Feen laufen wie geschmiert. Wirst du das auch, wenn du mal... Also, wir werden ja am Sonntag sealten. Wirst du auch den Fokus darauf legen, dass du ja... dass du Fairies zusammenkriegst oder spielst du einfach... Ich würde den Fotos da... Fotos... Ich würde den Fokus darauf legen, dass du aufmache. Aber schon mit der Tendenz zu Feen? Wird das dein Lieblingsdeck in dem Format? Ähm... Ich denke schon, ja. Feen halt schon sweet, ne? Wobei die Ratten auch... Also, es ist... Die Ratten sehen halt auch nice aus. Aber es muss schon schwarz dabei sein, oder nicht? Ja, sieh schon. Der Gegner lässt zwei Karten on top, ist einfach fresh. Das ist ne gute Karte. Hier können wir jetzt... Einfach den Value raushauen, indem der Gegner conceded. Das war... Zusätzlich wäre natürlich auch nice. So... Ähm... Ja. Eine Bargain-Karte für Hedging Plans wäre ganz nett. Aber ansonsten haben wir wieder 2-Drop into 3-Drops. Fairy, Removal-Spell ist ziemlich nice. Also... Die 1-Drop-Fairy fehlt. Aber ist, glaube ich, trotzdem insgesamt ziemlich nice. Das sieht so aus. Ja, gegen... Right on time. Nicht. Ist nicht so schlimm. Aber... Ey, aber ganz ehrlich... Ja klar, die... An Patch-Day ist immer schwierig, Arena zu spielen. Aber es hat zumindest jetzt für mich viel, viel besser funktioniert. Normalerweise bin ich jetzt noch nicht mal drin. Ja. Also... Ich find's Granate. Äh... Ja, wir spielen einfach die 3-Drop-Fairy und dann krieg ich die Lifelink. Greifen wir mit der auch an. Ja. Die Maus... Die Maus auf Turn 2 ist so ziemlich das beste Play, was das Celebration-Deck machen kann. Weil es einfach jetzt sehr, sehr gut... Two-Spellen kann. Und dann auch noch direkt richtig Gas geben kann. Also die ist halt wirklich... Okay, das ist keine Cost-Reduction. Aber jetzt ein 3-Drop? Mach mal nicht. Mach mal einfach nicht jetzt 3-Drop. Greifen wir einfach an. Und patchen die auch am Release-Deck. Echt? Was ist los bei denen? Mhm. Und die Maus bleibt... Hm. Ja, blocken wir nicht. Also... Ähm... Ich find's nicht so cool, dass... Das Ding hier Reach hat. Man könnte jetzt... Ich würde, glaub ich, die auf jeden Fall spielen. Land brauchen wir nicht. Und jetzt könnte man sagen, wir spielen Hatching Plants oder wir lassen uns Taken by Nightmare offen. Taken by Nightmare gibt uns noch nicht den Scry-Value. Das heißt, wir könnten erst das Enchantment spielen. Ja. Ist vielleicht sogar besser. Die Frage ist nur, greife ich jetzt mit dem 1-3-Live-Linker an? Ist immer eigentlich ganz okay. Ich glaub, der kann angreifen. Bargain-Spell wäre jetzt natürlich super, aber wenn wir Hatching Plants vorher spielen und dann Scryen, dann ziehen wir uns auch eher in den Bargain-Spell für Hatching Plants rein. Also ich glaub, ist jetzt nicht so Mana-effizient, aber ist, glaub ich, insgesamt einfach besser. Aber der Wanderer hat leider auch noch vier Handkarten. Und dann Ecolide ist gut, aber nicht all zu dem. Okay, kein zweiter Spell. Das ist sehr gut für uns. Ähm. Ich glaub, das machen wir nicht. Wenn die ist im Graveyard, okay. Oh, die ist auch immer okay, ehrlich gesagt. Wir könnten Fall angreifen. Und der wird wahrscheinlich die hier blocken. Aber wir kriegen halt einfach vier extra Karten. Irgendwann over time. Ja, ich glaub, wir greifen einfach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er die Mocking Sprite nicht blockt. Okay, kann ich mir nicht vorstellen. Mach da trotzdem nicht. Trotzdem, ja. Hab ich mich einfach vertan. Vielleicht wär's sogar besser gewesen, die als 3-4-Kreatur zu spielen, weil es diesen Destroy Power 4 or Greater-Inweis gibt. Aber dann wär sie trotzdem tot? Also du meinst, dass die Mocking Sprite dann schneller runtergeht? Ne, wenn man sie als 3-4-Kreatur spielt, kann man sie ja nicht anfangen. Oh, oh, oh. Oh, weil drei, ja. Ich glaub, wir tausen wir. Schon gut. Äh, wir nehmen eine Karte runter. Okay, das ist gut. Aber das ist auch okay. Leider. Der 3-4er bleibt zu Hause und der Live-Linker. Und das ist hier, glaub ich, eine gute Block-Kreatur für alles, was er hat. Und der Live-Linker kann, glaub ich, auch einmal mit rum. Jetzt hab ich halt immer noch das Removal offen, beziehungsweise hier minus 4, minus 0 für ein Mana. Und der hat keine guten Attacks aktuell. Weil, klar, wenn er jetzt Ariad's Tempting Apple flickert, wird's ein bisschen unangenehmer. Äh, die Karte ist komplett Wahnsinn. Boah, jetzt muss man schon überlegen. Hat er einen Land-Drop? Hat er schon Land gelegt? Ja, ne? Weil wenn er jetzt auch ein Land hat, dann könnte er den spielen und Haze geben. Das geht nicht. Ich glaub, ich muss jetzt... Ich glaub, ich muss die zerstören jetzt im Respawn. Nicht, dass das Ding noch kommt. Kriegst du da die in den Live-Link? Ja. Nehmen wir beides. Ja, zieht wir das. Ja, das kann schon nicht wehtun. Wenn er beides castet. Wir können glücklicherweise... Ja, auf jeden Fall. Wir ziehen eine Extra-Karte. Ja, das ist doch sehr angenehm. Weil jetzt... Boah, die ist echt gut, ne? Sie macht echt alles sehr viel günstiger hier. Greifen wieder mit den beiden an. Haben dann bei 6 Mana das und das und das offen. Das verstehe ich auch noch nicht, warum er da nicht blockt, aber okay. Ja gut, ich meine... Er will wahrscheinlich nicht blocken, weil Immodans Recruiter halt einfach... Je breiter das Board ist, desto mehr Effekt hat das Ding. Das ist natürlich schon krass. Auf einem Board mit 100.000 Kreaturen macht das halt schon eine Menge Schaden. Ja, das stimmt. Ja, das ist auch ziemlich schrecklich. Young Hero macht das, ne? Ja. Und jetzt kann er halt noch den anderen spielen mit Haste. Ich glaube, wir haben... ... noch nicht verloren. Aber geil ist nicht. Der kriegt jetzt auch noch Haste. Boah, das ist schon ein 4 Schaden. Mhm. Jo. Mhm. Also, wir können den einmal pumpen und das Ding spielen. Als 2-3-Kreatur. Ja. Also, ich werde auf jeden Fall hier blocken. So, jetzt kommen im Moment noch 7, 10, 14, 17, 19 durch. Das ist ein bisschen zu viel. Äh, wir könnten hier blocken. Und vielleicht noch hier blocken. Dann kommen durch 7, 10, 13. Okay. Ah, warte mal. Wenn ich den... Wäre besser, wenn ich den Vigilancer blocke. Okay. Ah, ne, warte mal. Ich habe ja eh nur Flie... Warte, ist das dann Liesel? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, wenn die Flieger alle überleben, haben wir Liesel. Das heißt, es darf jetzt nur... Das ist okay dann. Ist das richtig? 3, 4, 5, 6, 7. Für zweimal gepumpt. Er ist ausgetappt und hat jetzt hier noch 10, 13 Power. Ich kriege hier... Okay, das müsste passen. Ja. Flieger aus attendance auf den ungeblockten Guy. Dann hier nochmal Pump. Ach, der Flieger überlebt mich. Ich mache recht. Same. Okay. Äh. Dann machen wir nur 6. Dann reicht es nicht. Hm. Wenn ich noch 2 Blocker lege... Dann hätte ich einfach mit der 1 Fähn nicht blocken müssen. Das war dumm. Äh... Ich glaube, ich bleib mal zu Hause. Young Hero macht daraus ein 4-4. Ah, das ist ein... Hm. Jetzt nicht... Wenn jetzt nicht so ein Ultra-Haymaker kommt, glaube ich, können wir es immer noch gewinnen. Aber da habe ich mich einfach... Naja, okay. Alle Fäden überleben. Außer die, die den 3-1er blockt. Das war nicht gut. Hätte einfach mit der gar nicht blocken sollen. Der Gegner war ausgetappt. Also, wir hatten Lethal. Ich habe es einfach übersehen. Das ist nicht geil. Das ist nicht das, was ich sehen möchte. Hm. So gehen wir auf... Double Strike auf irgendwas. Na, ich glaube, ich glaube mal so. Aber jetzt reicht es doch, oder? 5, 6, 7. Also, ich würde mich sicherer fühlen mit einem Counterspell in der Hand, aber... Tja, wenn ich jetzt mit einem angreife und der noch einen Removal hat, ist das natürlich auch nicht geil. Aber ich gehe auf... Das ist trotzdem okay. Ich kann mit einem angreifen. Das ist theoretisch... Er muss als erstes was machen. Ich gehe auf 7. Ich habe zumindest das Ding als Blocker. Wierig. To be fair, ich habe die ganze Zeit den Apfel überhaupt nicht mehr... Also, ich habe gedacht, er hat halt den Threaten-Effekt und macht sonst gar nichts. Ja, ich habe auch voll vergessen, dass das ja ein Problem ist. Wenn er... Wenn er mit dem... Also, dass er Life-Gain hat, beziehungsweise uns sogar Leben hat, verlieren lassen können, dann hätten wir sogar nicht anders blocken können. Also, es war schon... Musste schon genau so passieren. Er greift nur mit dem an. Das ist ein gutes Zeichen. Da werde ich jetzt allerdings nichts riskieren. Also, ich meine, er muss halt jetzt schon jeden Flieger quasi handeln. Vielleicht hat er einen Fog. Keine Ahnung. Vielleicht hat er einen Fog. Ich weiß es nicht. Oh! Hat er noch... Kann er einen Vierflieger hin? Break the Spell. Ja, gut. Okay, er zieht jetzt meine Karte. Ja, gut. Das hätte man vielleicht schon Mainface machen müssen. Was, bitte? Ist ja gut. Jetzt muss er halt zwei Removal haben. Lass mal einen Blocker hinten für den Vierfierer. Von mir aus kann Damage passieren. Hat tatsächlich den... Er hat genau die Karte gezogen. Krass. Wie er einfach den Damage verhindert. Okay, ja gut. Das ist die eine Karte, die das verhindert, dass er das Spiel verliert. Und die würde er wohl nachgezogen haben mit Break the Spell. Okay. Aber die wird man... By the way, das ist jetzt der One-Time-Blowout, den diese Karte machen wird. Ja. Es gibt... Block den, ja. Wird hier einfach... Einfach nur live game. Das ist jetzt der One... Das habe ich in der Set-Video schon gesagt. Die Karte ist einfach nicht spielbar. Und einmal im Stream wird sie gegen mich ein Blowout sein. War sie jetzt quasi. Wenn ich mit allem angegriffen hätte, hätte ich einfach verloren. Äh... Ja, jetzt werde ich mal hier den... Versuchen, den komischen Reacher zu kriegen. Vielleicht spielt er sie zweimal. Aber dann wäre ich, glaube ich, komplett ausgerastet. Ja, können wir halten, oder? Also, wir haben ein Counterspell, Counterspell, Sprite, kleiner Removal-Spell. Die Karte ist so viel besser on the draw als on the play. Weil in der Regel der Gegner halt mit einem Two-Drop anfängt. Und dann kannst du halt on the draw eben seinen Two-Drop direkt wegräumen. Nervt ein bisschen. Jetzt haben wir den Counterspell. Es ist auch nicht schlecht. Ja, ist okay. Der Gegner macht ja auch einfach gar nichts. Boah, Mocking-Sprite in... Eine Karte, die direkt schon alles günstiger macht, liebe ich ja jetzt schon. Mocking-Sprite ist in den Fairies auch ziemlich strong. Oh, da hat der Gegner um den Counterspell rumgespielt. Oh! Wäre nicht so schlimm, weil wir können ja den... Ja, hervorragend. Ist das... Das ist Ward. Ja, passt trotzdem. Das passt trotzdem, weil... Wir haben ja Spells, sagt er, für einen blauen, ne? Ja. Trade of Food. Oh, das ist super. Und dann können wir den Countern. Och, geil! Wir müssen nur daran denken, Ward mit schwarz zu bezahlen. Ja. Danke, Autotrapper. Ich weiß, dass Karina das immer perfekt tappen möchte. Boah, wie ich das liebe, jetzt für einen Mana was zu counten, was... Also, wir können... Der ist ja sogar Mana-League, ne? Ja, nee. Sorry. Sorry, Bro. Not going to happen. Aber den können wir jetzt nicht spielen. Weil wir dann... Wir brauchen halt Doppelblau. Wir spielen das Ganze vorsichtig. Superschön. Greifen wir an. Ah. Ich glaube nicht, dass wir das Spiel noch verlieren. Können wir noch ein bisschen was zu tun. Ja, so über... Also... Wir haben noch fünf Karten extra. Und auf dem Board vorne und hier gleich Wicked Rolls und Flyer und alles und so. Ist uns der eigentlich egal? Ja, der ist uns egal. Der Mana hat 3-3. Aber ich habe eben schon gemerkt, wie gut er ist. Entschuldigung. Gegner hat was für ein... Das könnte so eine... Ja, was soll das sein? Fight-Swell? Nee. Ein grünes Mana. Höchstens dieser... Dieses Royal Treatment... Genau. Das Hexproof-Ding, ja. Jo! Die Karte ist so schlecht! Ja, ist mir egal. Kannst du halt machen. Nimmst du halt deinen Reindeer auf die Hand. Wicked Roll auf die Hand. Back. So, Catching Plants. Wahrscheinlich... Ich meine, wir haben sogar Cancel. Witzigerweise kostet der eins weniger, weil wir die Fee haben. Und der kostet eins weniger, wenn wir einen Bargain. Aber er wird trotzdem nicht günstiger. Dann nehmen wir drei. Countern das Reindeer. Ziehen dabei drei Karten. Ich muss das leider Bargain. Auch wenn ich es gar nicht brauche. Oh. Damn! Counter-Target-Spell. Draw three Cards. Oh. Das ist halt einfach ein Sealed-Deck. Das fühlt sich ehrlich gesagt nicht an wie ein Sealed-Deck. Wirklich nicht. Absolut gar nicht. Das fühlt sich an wie mindestens ein Draft-Deck. Ich bin einfach die und den Spellcaster. Und dann können wir nächstes Mal noch ein paar Rolls ballern. Gut, aber man muss auch fairerweise sagen, also World of Strength ist jetzt auch nicht die beste Karte in seinem Deck zu haben. Naja. Naja, wir wissen ja noch nicht, was er noch so casten möchte. Ja, ich glaube gar nichts mehr. Wir wissen schon genau, was er casten möchte. Jetzt müssen wir nichts mehr casten. Feen, die gehen. Ja. Vielleicht nehmen wir einen besseren rein. Feenflügel fehlen mir noch. Ja, gute Hand. Auf jeden Fall. Nehmen wir mit. Wir spielen gegen Ertai. Ertai ist schon ein ziemlicher Banger. Aber wir haben wieder unseren One-Two-Punch-Länder lassen wir oben. Non-Lands. Na. Das Land lassen wir oben. Die ist auch einfach so gut. Oh, wow. Okay. Äh. Gegner. Wenn der Gegner jetzt natürlich ein Constructed Celebration Deck hat, mit der Rare und der Super Ankamm dazu, dann wird es vielleicht doch ein bisschen eng. Ich kann jetzt halt auch nicht blocken. Und wenn er jetzt zwei Permanents legt und das eine 3-3-Kreatur wird, dann ist halt schlimm. Aber da können wir halt erstmal nichts dran ändern. Katastrophe und Feentastisch. Ja, okay. Kann ich, kann ich sehen. Die, 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 die. Alter. Was ist eine Celebration? Na gut, wir suchen halt ein blaues Land. Und generellen Land. Ah. Den können wir nicht behalten. Das ist sehr schade, aber. Ich lasse den 1-3-er mal da. Falls der Gegner jetzt nochmal celebrated, können wir mit dem Live-Linker und Sugar Rush immerhin blocken und kriegen so ein bisschen Tempo zurück. Aber das sieht auch schon trotzdem nicht so gut aus. Einfach ein sehr guter Start. Tapped Rare Land into Signpost Uncoming into sehr, sehr gute Kammen. Schon solid. Immerhin überlebt unser Gegner. Er überlegt. Er überlebt auch, aber er überlegt auch. Doch überlebt, ja. Tja, es greift mir. Also das ist hier schon so ein bisschen verdächtig, würde ich mal sagen. Ich würde mal... Hier. Jetzt auch noch den Ankammen. 3, 5 Damage, Remove a Spell. Ich glaube, Ertai macht uns einfach lang. Ja, Ertai. Ertai's Deck ist einfach busted. Tja. Ich will eigentlich nicht mit der Fehl blocken, aber... Manchmal sind die Sounds ein bisschen asynchron. Ja, I'm sorry. Das liegt noch so ein bisschen an der In-Game-Aufnahme... Funktion von Streamlabs. Ja, immerhin nicht so super schlimm. Ja, das ist leider schon eher super schlimm. Karten ziehen. Ja. Wie gut wir einfach das zweite blaue Land finden. Ja, ja, das stimmt, aber ich glaube, das ist auch schon... Ich glaube, das ist auch egal. Ich weiß. Also wir hätten auch nie die Zeit gehabt für den Counter-Spell. Das wird jetzt wahrscheinlich... Okay. Noch ein 2-Drop für Ash. Aber wir haben nicht mehr die Chance dazu. Wir haben nicht mehr die Chance, das stimmt. Wir haben nicht mehr die Chance, das stimmt. Wir haben die Chance auf Zeit für den Counter-Spell. Ich block mal hier. Sonst nehme ich einfach zum Schaden. Und dann werde ich wahrscheinlich Ash mit dem Shatter the Oath umbringen. Und hier eine Rolle drauf zu packen, damit zumindest die Ratte blocken kann. Hat er noch ein Ein-Manner-Remover, das wäre jetzt auch hart gewesen. Okay. Wir sind nicht tot, aber wir sind kurz davor. Ach so. Hä? Wir spielen Sealed, oder nicht? Wir haben auch zweimal Greta im Pack gehabt. Ah ja, stimmt. Aber wir spielen Greta nicht. Nein, wir spielen... Wir sind fair und spielen Greta nicht. Einmal Ash zu spielen, das ist ja schon hoch. Ja, dann nehme ich doch einfach... 5 und gehe entspannt auf 2. Und jetzt überlege ich mir irgendwas. Ne, kann ich nicht mehr. Ja, ich überlege mir einfach, dass wir ins nächste Game gehen. Okay. So, um wir unser Glück gegen Victor Mavor. Also wird ja nicht jeder so ein krasses Celebration-Deck haben, oder? Hand ist okay. Es wird dann so ein bisschen die One-Drop-Fee, aber... Gibt ihn trotzdem. Hallo, hallo. Guten Abend zurück. Gegner macht einen Malligen. Find ich okay. Jetzt, wo wir gerade so hart drangenommen wurden, ist das nur fair, dass wir auch... Äh... Sehr geht immer mal liegen, was? Okay. Aber... One-Drop-Fee. Er war lucky. Kann trotzdem ein guter Blowout sein hier, Overeux Attendance. Äh... Das ist ein bisschen spät, aber ist okay. Gegner wird jetzt wohl erstmal keinen Fünf-Drop casten, damit der Stormcat-Prawler größer ist. Und wir können gleich so ein bisschen verstecken, dass wir ein... Dass wir noch so einen Trick haben, in dem wir halt einfach die Fee ausspielen und so tun, als hätten wir sonst nix. Hier... Ah, Mann, ey. Wir haben doch einfach gar nichts. Oh. Ah. Spell...Stutter. Zur Welt 1. Das brauchen wir. Lance würde ich jetzt... Ja, Spell-Stutter würde ich nehmen. Lance würde ich nicht unbedingt nehmen. Spell-Stutter ist halt jetzt schon fast ein Hard-Counter. Zwei Feen am Start. Beziehungsweise gleich drei. Ja. Äh... Äh... Das ist eine gute Magic-Karte, leider. Ja. Warum haben wir die... Die hätten wir noch in unserem Pool gebraucht. Das wäre richtig gut gewesen. Aber... Ne, die... Stimmt, den Looter, ja. Ja, den hätte ich auch wirklich gern drin gehabt. Obira? Statt zwei Greta. Boah, statt zwei Greta, zwei Obira. Wer... Greift nicht an. What the hell? Was macht denn der Gegner doch? So specious. So specious. So specious. Ähm... Ich würde, glaube ich, trotzdem mal mit dem Live-Linker angreifen. Das schadet ja nie. Live-Linking-Attacks sind immer gut. Geh mal live. Hört jetzt hier für... Ja, sorry. Ich würde hier auch tatsächlich so dreist sein und hier mal pumpen. Weil ich glaube, alles, was du hast, werde ich einfach Spell-Stattern können. Und selbst wenn du Spell-Statterst, Spell-Statter ich zurück. Und dann verlierst du einfach deine Obira, dein Obira und dann bin ich zufrieden. Ja, nee. Ja, nee. Das ist ganz gut, weil dann können wir sogar direkt den ganzen Spell-Counter. Ja. Oh. Hm. Reingelegt. Als ob wir nicht noch was gehabt hätten. Also sorry. Sonst machen wir den Detektor nicht. Gibt uns der Gegner einfach keinen Kredit. Yep. Das ist eine der besten Karten im Set. Ähm. 4-4 Flying Vigilance. Ich glaube, ich lege trotzdem erstmal den Dude. Croissant Time. Ja. Wir hätten halt Taken by... Ja. Vielleicht wäre es jetzt sogar besser gewesen, Taken by Nightmare zu spielen, während kein Counter offen ist. Ja, vielleicht. Aber ich würde halt lieber dann... Ja, nee. Ich glaube, ich will lieber das Board Advancen. Das Croissant muss ja erstmal geblockt werden. Steber, danke dir für den Follow. So, jetzt gucken wir erstmal, ob das Croissant geblockt wird. Und wir haben ja noch ein Remove-Spell und theoretisch hier auch Obirah's Attendance. Das ist ja völlig entspannt. Sugar Rush. Hm. Das können wir noch richtig verlieren. Wir haben den nämlich auch. Ach so, da kommt jetzt. Na gut. Wir können jetzt leider nicht Taken by Nightmares spielen. Das heißt, wir müssen noch eine Runde gedulden. Aber... Alter, was haben die denn hier für Seedpools? Das ist jetzt die zweite Obirah. Ja, die werde ich jetzt einfach auch mal direkt anzünden. Das ist okay. Klar. Das ist eine Frechheit. Einfach ein besseres Feendick zu haben. Die haben ja irgendwie... Genau. Vor allen Dingen, also ein Doppel-Obirah und Twinning Twins. Was ist denn hier los? Ja. Das ist schon hart frech. Da muss man sich ja wirklich anstrengen jetzt. Und ein Fairy Theme. Blub, 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 blub. Auch noch. Die wird wahrscheinlich einfach schon wieder jumpen hier. Ich glaube... Jetzt werde ich mal versuchen, hier was umzuknötern. Auf den Live-Linker oder auf den 1-1er? Auf den Live-Linker ist geiler. Aber wird eh nicht passieren, weil Gegner hat natürlich noch was. Gegner hat ja das beste Feendick des Planetens. Okay, wird trotzdem passieren. Okay, dann ist gut. Dann... Warte ich, glaube ich. So, jetzt haben wir aber auch wirklich hoffentlich alle Bomben vom gegnerischen Feendick abgeräumt. Stimmt. Bestimmt, genau. Bestimmt. Bestimmt. Ich kann jetzt nicht noch eine Bombe haben. Na gut, es ist keine Bombe, aber jetzt hätten wir natürlich besser angreifen können. Okay, jetzt spielen wir erstmal selber auch die Eternals. Dann wird zumindest nicht mehr angegriffen. Wir können den... Wir können den Counterspell bluffen, weil wir noch einen Oath haben. Du könntest jetzt auch mal ein paar Länder ziehen hier. Dude. Hör mal auf jetzt. Hör mal auf. Jetzt. Stopp. Stopp. Gap. Ha 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 ha. Äh... Ja gut, ich meine... Die greifen an. Den legen wir hin. Und den legen wir hin. Also auf dem Board sind wir vorne. Der Gegner hat zwei Handkarten mehr, aber hat doch erst fünf Länder. Wir haben schon acht gezogen. Und wir haben eine Karte mehr gezogen. Also eine Karte weniger. Es wäre jetzt schon auch fair, wenn der Gegner mal ein paar Länder zieht. Haben wir eigentlich irgendwas drunter gelegt? Ne, ne? Ne. Was haben wir beim Scribe oben gelassen? Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern. Klar. Klar. Äh... Hm. Das ist immer eine Magic-Karte. Die beiden gehen mal römern. Können wir auch zweimal pumpen. Und dann muss sich der Gegner auch schon... So, mal gucken, ob jetzt... Ob er ist... Ist das richtig? Ja, ne? Ja. So, was haben wir denn in den Grades? Wir könnten daraus ein Croissant machen. Ey, das wäre das zweite Croissant. Ja. Das ist eigentlich nicht zu schlagen. Boah, wir können einfach ein zweites Croissant machen. Da habe ich schon ein bisschen Bock drauf. Ne, können wir nicht. Aber das ist auf jeden Fall falsch. Die machen doch jetzt einfach alleine das Game kaputt. Jetzt haben wir sogar neun. Das heißt... Sechs. Gegner wird wahrscheinlich jumpen. Sonst gibt es, glaube ich, fast keinen Draw wieder, um zu überleben. Und der kann dann nicht so eine Karte ziehen. Genau, ja. Das dachte ich auch. Geht schon nicht. So, mal gucken, ob du es hinkriegst. Autotepper. Sieht gut aus, ja. Ziemlich eine Maschine hier, der Live-Linke. Ja. So. Land. Wäre fair. Sehr gut, alles klar. Sehr schön. Ja, vier Wins geholt. Was wolltest du haben? Sechs, ne? Sechs, habe ich gesagt, ja. Okay, gegen Labnix. Wir fangen an. Immer wenn wir anfangen, haben wir Witches Vanity. Und... Damit wollen wir doch nicht... Damit... Nie den... Okay, wir haben schon oft häufig genug den One-Rover. Wir ziehen irgendwie immer nach. Wow. Okay. Einfach mal schon mal direkt das Real... Einfach schon mal ein bisschen Dominanz gezeigt hier. Mit dem Restless-Wine-Stalk. Aber Ice-Out und Quick-Study zusammen sind ganz nett. Weil entweder Counter-Members oder wir können Karten ziehen. Schieben mal nix. Oder einen schlechten Tut. Ne, einen guten Tut. Na. Hm. Dann... Da machen wir noch nix. Der 2-2er darf jetzt mal ein bisschen angreifen. Dafür muss ich jetzt noch nicht Witches Vanity opfern. Ist okay. Ja, die AFX waren schon okay. Nicht so gut, dass sie für sieben Wins reicht. Aber die Feen, die haben es rausgerissen. Hm. Der ist schon ziemlich nervig, glaube ich. Also der ist auf jeden Fall nervig genug. Jetzt können wir doch hier das machen. Und dann noch die Burrow Naughty spielen. Perfekt in Mana Curve. Jetzt noch ein Land, wenn natürlich extrem schmacko. Kann man ja nicht direkt wieder das Croissant legen. Und wenn wir das Croissant... Also wir haben, glaube ich... Haben wir schon verloren, als wir das Croissant gelegt haben? Das ist... Geil. Boah. Imagine, das Croissant kriegt noch ne... Bösewicht-Rolle. Welches Croissant ist böse? Käseschinken? Also von allen Croissants, die es so gibt. Ich würde sagen... Marzipan-Croissant ist schon... Auf jeden Fall hat die Protagonisten-Rolle. Nicht? Ja, doch. Oh, das mit dem Würstchen drin ist auch richtig böse. Ja, buh. Aber das... Also unser Croissant hier ist jetzt einfach literally böse. Ja. Aber es sieht nach nem süßen Croissant. Ich hab so Hunger, ey. Ja, ich auch. Ich hab von oben nicht der Solaris, den ich kenne. Nutella-Croissant finde ich überhaupt nicht böse. Nutella-Croissant ist okay. Das ist einfach so sick, Alter. Dieses Deck ist so sick. Also wenn wir nicht von irgendwelchen Rares überrannt werden... Wir machen gleich Hatching-Plans, opfern das, bouncen was, ziehen vier Karten. Meine Güte, das ist so sick. Ah, okay, ja, stimmt. Palmöl ist nicht... Wo ist das? Geht er gerade sogar an? Okay, gut. Wenn er glaubt, wenn er meint. Ah, okay. Ah, das ist schon auch nicht schlecht. Ich hab letztens ein Video gesehen mit Croissants und in der Regel... Das war schon ziemlich nice. Ja, kann ich... Kann ich sehen. Ja. Ach, boah. Was machen wir denn jetzt hier? Bouncen wir irgendwas? Oder sparen wir uns das mit dem Bouncen? Einfach, bis die Marken verteilt wurden. Das können wir auch machen. Ich glaube, ich surveille erstmal eine Runde und dann entscheide ich mich neu. Gut, dass du wählst. Aber das Croissant geht rein. Das böse Croissant. Dann ist es, glaube ich, nur Hatching-Plans und Glow-Sagen und Quick-Studien. Gegner kann auch nicht so wirklich gut angreifen. Also mit dem 5-4er halt. Ansonsten... Ich meine, er könnte Metallia uns Messenger angreifen und looten. Aber dann ist das Ding 2-4. Wir können es immer noch gut blocken, kriegen ein bisschen Leben zurück. Außerdem können wir es komplett gangblocken und dann ist es auch tot. Ja. Gegner hat aber auch noch das 5-5-Land. Hat es Reach? Jetzt hat Trampe. Okay, vielleicht müssen wir auch... Vielleicht müssen wir auch einen Foo-Token opfern. Oder einfach mal mit dem Croissant zu Hause bleiben. Wäre eine Option. Aber das Croissant ist gierig. Ja, es ist halt auch ein böses Croissant, ne? Ja, sieht ziemlich gierig aus. Okay, greift auf jeden Fall nicht mit dem Land an. Oh, jetzt könnte ich halt das Teil Gang blocken. Ist das nicht ein bisschen gefährlich? Könnte ich das einfach mal machen? Weil was verliere ich denn da? Die eine Fee ist mir relativ egal. Und die ersetzen sich eh selber. Vielleicht hat der Gegner nicht mit einem Quadruppelblock gerechnet. Oder er zeigt uns jetzt halt einfach, aus welchem Holz er geschnitzt ist. Nee, das sieht so aus, als würde er die beiden einfach nur mitnehmen wollen. Das wäre ziemlich okay für mich. Oh ja. Guter Trade. Hängt natürlich immer davon ab, was er noch nachlegt. Aber das ist erstmal ein guter Trade für uns. Well, das ist jetzt der Moment, wo wir den Counterspell suchen. Und warum... Hat der einen Treasure? Warum castet der nicht einfach nur die andere Seite? Wegen dem Value. Mann, hör doch mal auf, Rares zu spielen jetzt! Mann, jetzt sieht das Croissant auch plötzlich nie mehr beeindruckender aus hier. Mhm. Oh Gott, ey. Das wird schon... Ich meine, wir haben ein Shatter the Oath, aber dann werden trotzdem nochmal einmal komplett Marken draufgelegt. Vielleicht den 5 drauf erstmal bouncen. Einfach so aus Tempo gründen. Und dann mal gucken, was wir ziehen. Wir ziehen ja eine Menge Karten. Ich habe schon Land gelegt, okay. Vielleicht ist es aber auch okay. Ich glaube, das Gerät greift einfach mal wieder an. mehr Live-Linker. Und mehr Flieger. Und mehr Flieger. Und... Ziemlich hart zaffern jetzt, ist es angesagt. Boah, dieser Virtue ist einfach... Ich hätte mit dem Croissant wahrscheinlich nie angreifen sollen, aber ich dachte mir, er chumpt. Und je weniger Kreaturen da sind, desto weniger schlimm wird die eine Runde von dem Virtue. Aber... So hätte ich zumindest etwas bessere Blocks. Wobei er sich wahrscheinlich auch nicht traut, mit den anderen Kreaturen anzugreifen. Und ich kann halt... Ne, das will ich auch nicht. Ich könnte halt Ubisoft Hannon spielen, damit das Ding 2-6 ist und dann kann ich einfach blocken. Und dann muss ich Virtue aber auf jeden Fall killen. Ich habe, glaube ich, keine Wahl. Also länger... Lange überlebe ich das nicht. Das ist eine gute Magic-Karte. Vielleicht die beste im Set. Zumindest auf jeden Fall auf der Shortlist für beste Karte im Set. Gegner überlegt, ob es in Counterspell reinlaufen wird. Hier ist der Ginger, greift mit an. Der Ginger wird halt auch einfach frech groß. Kann halt beide Dinger da rein opfern. Dann wird das Ding 5-3. Aber dann kann das Ding nicht mehr gespielt werden hier. Ist, glaube ich, okay. Ich glaube, ich kann... Sir Ginger doppelblocken. Kann noch mehr Artefakte in den Glöchert gehen. Und dann wird das Ding 5-3. Wenn er beide Futs opfert. Und dann kann ich aber den einmal pumpen. 2, 3... Ja, das ist, glaube ich, okay. Ich glaube, ich doppelblockse Ginger mal. Weil dann kann man nämlich schon fast überlegen, wenn nur eine Kreatur da ist. Oder beziehungsweise wenn zwei Kreaturen da sind. Könnte ich überlegen, den Virtue einfach liegen zu lassen und seinen Fetten kaputt zu machen hier. Und dann einfach mit dem Ensemble durchzuballern. Ja, wenn er jetzt... Ist okay. Wenn er nur einmal opfert, dann traden wir ja trotzdem. Sorry. Alles gut. Wenn das so passiert, ist es sowieso fein für uns. Dann können wir sogar vielleicht den Dream Thief End of Turn benutzen. Ja, ist auf jeden Fall kein leichter Combat. Also das sehe ich ein. Mhm. Gut, dass wir keinen Planeswalker haben mehr. Sonst hast du Dünn da richtig eskaliert. Okay. Das passiert. Dann könnte ich jetzt noch mal pumpen. Äh. So, ich habe einen Adapter für multiple Kopfhörer drin. Aber ich habe im Moment nur einmal Kopfhörer drin. Vielleicht sollten wir in die Kopfhörer investieren. Ich könnte ihn jetzt dazu forcieren. Und dann, dass er die beiden... Dass er Food opfert. Das ist ja vielleicht nicht schlecht. Jetzt müsste er theoretisch beide Food opfern. Damit Sir Ginger überlebt. Und ich kriege halt einfach nur vier Schaden. Aber ja, das ist glaube ich okay. Und dann legt er aber Virtue nicht. Und dann kann ich den Vigilance Knight killen. Nee, er lässt es passieren. Nein, ist okay. Sir Ginger geht einfach so. Sweet. Dann haben wir das... Haben wir sehr gut, äh... Next Level den Gegner. Ich bin mal gespannt, ob er jetzt stattdessen vielleicht sogar den Wurm legt. Der Wurm hat aber auch Reach. Ja, schon Playbar. Nach dem Wurm. Okay. Was? Einfach mehr fette Würmer. Ähm... Einzelne... Einzelne... Ich meine... Bounce den... Zerstör den... Irgendwie... Schon mal... Hier... Bounce... Bounce Token. Zerstör... Zerstör... Könnte er doch nicht. 5, 6, 7, 8, 9... Es ist leider One-Off. Also er wird nicht zum Blocken gezwungen. Dann kann ich auch, glaube ich, mit allem angreifen. Er hat den Wurm und das Ding. Dann gehe ich auf 8. Wenn er mit dem angreift, dann haut er mich nur für 7. Mich nicht tot. Und wenn er den... Ja, ich glaube, das müsste okay sein. Kann das Ding auch zu Hause bleiben. Hier auf jeden Fall mal auf 8. Das Ding ist 5, 5. Naja, okay. Kann sich jetzt entscheiden, ob er das Ding legt oder das Ding legt. Oder damit angreift. Aber das ist ein Damage zu wenig. Ich glaube, wir können das noch gewinnen. Die Stop Gaps waren halt ganz gut. Aber wir haben auch sehr viele Karten gezogen. Irgendwann mussten die auch mal kommen. Moin, Xag. Aber die Games... Also, die Games sind gut. Ja. Wesen... Ja, das ist halt ein Tag für sie. Oh nein, ich habe es einfach überlegt. Was? Was? Oh nein. Ich habe die zweite Ability von dieser Karte übersehen. Oh, oh Gott. Ja, das sieht gut aus, ne? Looter, Hatching Plans. Ja, das sieht gut aus. Müssen wir anfangen? Nein, nicht, ne? So, wir dürfen auch. Warehouse Tabby. Ich glaube, ich lege mal einen Looter. Wir haben keine Länder. Auf der anderen Seite... Ich meine, das Ding zieht natürlich sofort den Remover's Bay. Gerade in Rot-Schwarz offensichtlich, klar. Ja, ja, okay. Red out. Sogar der Schlimmste. Alles klar, Gegner. Habe ich verstanden. Dann mal Hatching Plans. Und weiter Damage genommen. Gegner hat auch nur... ...ziemlich viele Game-Actions bis Zug 3 gemacht. So, 3 Stück. Wow, Alter. Ja, 6 Wins. Vielleicht wäre ich nicht dumm gewesen, wer hätten wir 6 Wins geholt. Aber ich glaube, ich war ein bisschen dumm. Ich würde sagen, wir bouncen mal das Ding hier. Ziehen mal 4 Karten. Und lassen uns dann Spellstarter offen für das Gerät. Reichts? Äh... Solide. Ey, Schable, danke dir für dein Abo. Ja, jetzt kommt wahrscheinlich erst mal das Food-Gerät und... Ist okay. Das kann ich nicht verhindern, aber... ...die müssen wir nehmen. Spielt Spellstarter... Spielt um Spellstarter herum. Okay, not bad. Dann kann man sich ja auch erlauben, wenn man... ...den Start hatte. Und Gun-Drop-Poison. Ähm... Kann auch nächste Runde minus 3, minus 3 geben. Tja, das ist alles ganz schön ungünstig. Hm. Oh ja, ich spiel den trotzdem mal. Ziehen wir. Wenn er jetzt noch hier dieses komische Candy-Grabble hat und den Food opfert, um minus 5, minus 5 zu geben. Trotzdem... ...weckle... ...ah, natürlich noch ein Remove-Spell. Also ist ja nicht so, als würde er nicht jede Runde sein Mana perfekt ausnutzen. Ich muss eine Ratte blocken. Wenn ich den blocke, dann kann er mir danach minus 3, minus 3 geben. Hat so Death-Touch. Und der kann einfach... Ja, das... ...äh... ...stimmt. Mann, ey! Wieso haben die Karten alle so viel Text? Ja. Äh... Ich meine, wir sind trotzdem schon fast tot. Hm. Ah... 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 Ah, Food opfern und dann den Gumdrop-Poisoner spielen fordert halt das Spell-Stutter. Dann haben wir aber... Ja, okay. Ich meine, okay. Ich glaube, das ist... Jetzt spielt unser Gegner so ein bisschen in unsere Lines rein. Das ist okay. Aber wir sind auf zwei Leben gegen Rot-Schwarz-Agro mitten im Warehouse. Ne, warte, wir sind einfach... Ne, ne. Fuck was. Ja, du kannst nicht das Food opfern und dann nicht Gumdrop-Poisoner spielen. Das geht nicht. Es greift einfach alles an? What the hell? Why? Ich gehe mal auf zwei. Nicht so cool. Ich glaube, ich habe nicht so viele Choices. Ich muss sagen, es ist jetzt auch nicht viel andere Möglichkeit. Das Schöne ist, dass er die so rum hingelegt hat, dass wir halt keine Kreatur verlieren in den Formen. Äh, ja. Ich habe leider nur sieben Mana, was halt ein bisschen ungünstig ist. Äh, ich glaube, dann lasse ich mir das offen. Okay, die Instant und Software ist günstiger macht. Die wäre jetzt schön. Die wäre richtig gut. Wenn wir die schon auf dem Board hätten, wenn wir die schon auf dem Board hätten, Junge. Das wäre, das wäre eins nice Leben. Ja, gehen wir auf eins? Ah, eins ist... Aber... Ich würde sagen, ich würde sagen, macht er denn nicht einen Schaden mit der Katze? Ich würde sagen, macht er denn nicht einen Schaden mit der Katze? Komm, gib mal was, was Leben gibt. Das ist immerhin ganz nett. Äh... Nappkuchen, Mann. Danke dir, dass du wieder reinschaust. Und danke dir für den... Für den 40. Monat auf Stufe 3. Wow. Riesensupporter des Channels hier, dieser Nappkuchen. Ganz, ganz großes Dankeschön. Ja, vielen Dank. Genau. Für X gleich 4. Hm? Mhm. Könnte ich countern? Oder... Ich spiele Quick Study. Ja. Und gibt... Nee, er kann keine Marke kriegen. Vergiss es. Er benutzt das Counter. Warum kann er keine Marke kriegen? Er kann nur anderen Kreaturen... Achso, er kann sich nicht selbst... Ja, ja, ja. Ich wette, wir sterben gleich random an so einem komischen Apfel, der uns einfach umbringt oder so. Das ist einfach... Bisher spielt sich der Drain richtig nice. Das macht auf jeden Fall mega Bock. So. Einfach... Einfach Blocker hinlegen. Ja. Einfach Blocker hinlegen. Einfach nicht sterben. Einfach jetzt nicht einen Schadenspunkt kriegen durch irgendein Sch... Der bringt halt drei Attacker mit. Weil der Ding hat Menace. Das ist nicht so geil. Na, lass mal gucken. Okay. Naja. Dieser Live-Linker wäre jetzt halt richtig nice. Ja. Ähm... Okay. Also ich kann Mocking Sprite vorher spielen. Damit alles ein bisschen günstiger. Dann werde ich mal Johann Stopgap spielen und einfach mal eine Ratte bouncen, weil die bouncen bringt nicht so viel. Und dann lege ich hier mal eine Token dran. Und... Oh, jetzt ist der Live-Linker. Okay. Okay. Also wenn wir jetzt nicht tot sind, mit Sugar Rush und dem Live-Link-Attack geht da leicht was. Und stabilisieren. Jetzt nicht tot sein, einfach. Wäre geil. Eldraine spielt sich auf jeden Fall sehr, sehr gut bisher. Macht richtig... Ah... Da kommt die Wicked-Roll. Mana-Wed. Aber der kann den Live-Linker kaputt machen. Ah... Ja, der nimmt das andere aus. Nee, auf gar keinen Fall. Ah... Naja, tot bin ich noch nicht, aber die Wicked-Roll. Ja, jetzt muss ich halt sofort einen Live-Linker ziehen. Muss ich halt das Cycle in der München-Live-Linker ziehen. Dream-Proft gibt uns immerhin Food. Ja. Aber erstmal... Ziehen über Karten. Da sind wir dann Live-Linker. Ich glaube, den spiele ich erstmal. Okay. 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 Da ist auch ein Food. So, wenn jetzt... So, der Food... Okay, aber... Also ich meine, wir müssen jetzt einmal mit dem angreifen. Das ist sehr viel, aber das bringt uns nicht um. 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Ich werde das jetzt auf jeden Fall schon mal spielen und eine Karte ziehen. Mal gucken, was da rauskommt. War eine Source-Roll-Roll dran, einfach für die Sicherheit. Wir werden im nächsten Zug auf jeden Fall in dem Wicked-Roll-Attack... Ja, nicht auf jeden Fall, aber... Ja, Food-Opfern ist gut, weil dann wissen wir auch, dass er die Witch nicht hat, die zwei Schaden macht mit einem Food. Land brauchen wir nicht. Ich habe noch 11 Mana, das heißt, ich kann auf jeden Fall zweimal pumpen. 1, 2 und dann kann ich die beiden noch ausspielen. Beziehungsweise, ich spiele nur noch das Ding aus. Ne, ich kann noch beides ausspielen und habe dann noch ein Food-Opfer. Ja, das ist ja okay. Kennen wir mal den. Spielen wir den noch aus. Na, warte mal, ich habe auch nicht mehr so viele Karten in der Library. Auch 6. Ja, gut, aber nächste Runde müssen wir auch... Nächste Runde müssen wir auch Leaf in der Luft... Ja, auch das Game war nie knapp, oder? Also nur, weil... Jetzt geht er ab mit der Wicked-Roll und wir sind auf jeden Fall tot, wenn wir bald sind. Uh, geile Hand. Keep. Wow, die Hand ist mega gut. Ich glaube, ein 6er Win ist durchaus möglich. Also, Fairy Dream Thief into Borrow Naughty. Spell Starter, Mocking Sprite. Ja. Land oben wäre schon... Wäre schon sweet. Ja. Ne. Ganz diszipliniert. Krass, also das... Ich muss ja den Nuda... Ich muss den Nuda weglegen, weil wir haben ja noch den 5-Drop, den wir eh casten wollen. Ja. Wenn ich das zweite Island ziehe, kann ich Turn 3 das spielen und Turn 4 habe ich das, weil das 1 weniger kostet. Das ist schon wirklich gut. Auch wenn das die einzige Rare ist, die wir spielen oder so. Oh, das ist aber frech jetzt hier, der Gegner. Was soll das? Looter kann looten, ja. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Curve einfach mit Into the Fake Court besser ist. Also... Und ein 1-1er ist ja auch nicht so, als würde der nicht einfach mal durchaus eben removed werden können oder so. Und wir ziehen ja eh Unendlich Karten. Guck mal, nächste Runde kommt hier schon wieder das Croissant. Wir verlieren keine Spiele, wo wir das Croissant ziehen. Red Catcher Trainee. Eigentlich kann man immer davon ausgehen, wenn die Leute rot sind und Turn 3 abgeben, haben sie Red Catcher Trainee. Oh mein Gott, die Karte ist nicht besiegbar. Ah. Ich bounce die und will die dann countern auf dem Wayback. Warte mal. Was ist hier denn? Ach, geht nicht. Muss ja Token sein. Ja, ja. Muss ja Token sein. Perfekt. Ja, man könnte angreifen, aber dann könnte sie auch zurück angreifen. Ja. Wahrscheinlich hast du recht. Gib mal bitte wieder Dreamspoilers. Dreamspoilers killt halt 60% des Decks, ne? Aber im Moment ist Velsat auch sehr gut, also... Ja, die müssen... Die muss Gonzo sein. Jetzt sieht es aber schon wieder hier stabil aus. Zwei Karten ziehen. Ja, aber es ist trotzdem frech. Wie viele Gegner hatten jetzt schon besser gefehlen als... Ja, das ist leider richtig stimmt. Das ist leider richtig stimmt. Das ist leider richtig stimmt. Aber wir haben das Croissant. Ich glaube, das ist halt echt der Unterschied. Ja, das ist der... Das ist der Unterschied. Ja. Boah, ich habe jetzt schon so viele Videos von diesen... ...biehäckigen Croissant-Blöcken gesehen. Oder diese... Das sind biehäckige Croissant-Blöcke. Und warum haben wir die nicht hier? Ja, keine Ahnung. Ich glaube, es gibt... Hier gibt es noch keinen Store dafür. Oder halt so... Es gibt noch keinen Store für Vierecke Croissant-Blöcke? Nicht hier. Dann mach den auf. Ich halte es für den. Warte. Dann sind wir eben raus. Einfach... Geil. Die Jeeble springt mit auf. Die Jeeble ist immer für Geschäftsideen zu haben. Ah, Potiron überlegt hier auf jeden Fall. Das finden... Mindestens einer hier im Stream gut. Icke. Ich finde das gut, wa? Fell Horseman holt sich Dreamsorder zurück. Och Gott. Nee! Das ist so ungefähr das schlimmste Play. Potiron guckst du ihr gerade zu, oder was? Das ist ja einfach nicht okay. Das ist einfach nicht okay. so die beiden können wir angreifen aber warum hat er denn so getabt ich hätte drei blau ja stimmt schon ist jetzt nur schlecht für uns ja gut aber ich kann zumindest aktuell verhindern ja das ist schon okay wenn die fairy dreamstief stirbt ist nicht ganz so schlimm und mocking sprite kann ich verhindern indem ich opyrus attendant spiele das passt doch schon dream spoilers nummer zwei auf gar keinen fall alter was geht hier warum hat unser nein 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 habe ich das jetzt gebargegen das habe ich nicht gebargegen warum hat unser gegner zwei dreams spoilers das ist einfach die unsäßigste karte gegen uns das ist nicht mehr ganz so schlimm junge ich will diesen croissant block haben sieht schon ziemlich gut aus ich könnte aufhören länder zu ziehen da könnt ihr auch noch mal ein bisschen dran mitwirken hier aber es sieht ganz gut aus dass wir haben jetzt die einmal die die dreams spoilers gekauft zweimal die dreamtroopers gekauft hat leider sind sie trotzdem einmal auf dem battlefield aber insgesamt sieht es sehr gut aus das home team ich mein ja wir haben halt hier noch ein instant speed sorcerer roll trigger das war kein schlechter block vom gegner weil das ist das einzige wo wir keine sorcerer drauf legen können aber dann gibt es trotzdem sehr viel schaden es ist kein brioche es ist einfach ein viereckiges croissant richtig gut aber ja klar ist natürlich deutlich praktischer wenn man morgens weiß wie rum die auf den teller kommen oder es einfach egal ist ich hab mich jetzt einfach mal dazu erdreistet den nur als 6 7er zu spielen und nicht als 7 8er weil wir noch hier ja ok ok danke gegner ist auf 6 wir haben insane sport ich glaube wir schaffen es vielleicht so gerade eben noch ja ich glaube in ein zwei jahren können wir die auch kaufen irgendwann gibt es hier ein store glück haben nur eins glück haben nur ein croissant ein jahr so ok hier zu kaufen gibt es gibt nur eins zu kaufen ja und dann müssen wir morgens alle schlangen stehen und wer zuerst da ist hat glück gehabt ich glaube potty ron hat kein bock mehr keine texte wir werden mal karten ziehen ich habe schon so viele länder weggelegt das gibt es noch nicht haben wir denn hier noch schönes kannst du den looter wiederholen aber wir können jetzt erstmal angreifen ne warte mal ich bin den looter jetzt wiederhole kann ich ja direkt sind auch richtig gut trägt meine marke verteilen ja und jetzt können wir reingehen wenn uns der gegner lässt hätte auch mit perry dream diese angreifen sollen es war quatsch ok noch ein land weg was ist hier los das ist eine gute karte kann ich die ziehen wenn der fairy dream die stirbt kann ich die ziehen hätte ich mal mit ihm angegriffen damn es gibt auf jeden fall auch runde cross aber limited edition klingt immer gut das verkauft sich aktuell ist es auf jeden fall liefen sieben ja mal gucken was er hier noch hat also ich muss jetzt hier auch tatsächlich nichts mehr machen mach du mal sobald ihr mir sagt dass die drafts dass die drafts stabil sind können wir auf jeden fall das ist immer noch liefen können wir auf jeden fall auch ein draft machen aber ich habe bisher nur gehört dass es einfach überhaupt nicht geht und dann sind wir jetzt bei sieben die durchkommen das würde immer noch reichen aktuell muss ich erstmal nichts mehr machen dann ist das 3 also ok ja dann spiele ich natürlich noch die wasser tannens hier drauf damit wir noch mal eine ach nee die hat schon eine rolle wenn ich zurück mache das ding hat schon eine rolle ok das funktioniert ok das funktioniert ok dream spoiler witches wie besprochen ziemlich gut ich meine aber ich hätte einfach mit dem 1 1 flieger angreifen sollen das war nicht gut naja ja auf jeden fall die sind so stark ne das ist echt kann ich nur empfehlen also wenn ihr die chance habt spielt man mit denen die dieses dieser minus 1 minus 1 effekt sieht immer nach nichts aus aber das ist unfassbar stark und kaputt im limit ja ich weiß aber vielleicht habe ich sie jetzt gejingst oder weiß es nicht nee das glaube ich nicht gut klar gibt es denn es gibt nur einen weißen wrath oder es gibt nur den expelled interlopers oder gibt es noch einen anderen der ist zum beispiel egal ich meine der blockt aber ok die ratten greifen an nice ich werde mal versuchen den ah den stimmt der spekter ja ok der stimmt der spekter wäre sogar noch eine möglichkeit gewesen ja und der pseudorath im blau auch da mit den dream spoiler witches by the way auch ziemlich stark immer den lifelinker raus pack mal hier drauf eine marke gegner wird sicherlich noch irgendwas haben oder auch nicht ok 6 wins ja wir haben fairy dream die fairy dream die fairy dream die und sugar rush müssen wir halten oder ja also mehr fairy dream die geht nicht ich hoffe dass wir in den lifelinker surveillen wie immer zweites blau werden wir nochmal finden bin ich mir relativ sicher also gerade mit doppel surveillen wir haben schon drei länder ich glaube es ist ok könnt ihr jetzt natürlich und hauen wir ziehen jetzt so noch doppelblaue karten ich wollte sagen wir ziehen jetzt das und 6 bis 7 züge lang kein blau sein ja ja ok oder auch nicht oder perfekt das ist auf jeden fall also ich meine jetzt haben wir wirklich auch schon oder wir ziehen oder wir ziehen what the hell ok gut dass wir das land gebottomed haben weil wir es lagen einfach oben vier länder in folge ok oh nein ein 3 reach ist schon unfair vor allen dingen das ist das ist die schlimme reach variante die vorher noch einen schaden schießt wir können nichts mehr machen wir können nicht mehr mit dem trick angreifen der gegner legt die beste karte gegen unseren start und du hast sechs wins gesagt es geht halt nicht mehr ist jetzt einfach vorbei ich cool tanks block jetzt hier mit dem ne moment dann block ich nicht jetzt nochmal so ne geil lifelink ab geht er fast rein zur wäld ist das so spannend hier ja ich bin gehyped red out ok fein ein so n ja das ist alles ok so n hometrick zu spielen um eine halbe karte abzuräumen ist fein auch cool das ist aber warte warte das ist jetzt minus eins gerade dass er eins ist könnte halt blocken dass das ding stirbt wenn ich gesteppt wundet werden die ganze zeit ist wahrscheinlich ok hier ist so wir noch ein land haben schon eine menge länder weggelegt aber wir suchen einfach mal hätt ich mal nicht drei länder weggelegt sondern vielleicht nur zwei ja aber das war schon eine menge länder wir wollten ja auch den lifelinker haben ok gegen das krieg sie es das ist auch fein aber dass wir dann gleich auch schärter spielen können 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 wir nicht hm ok damit werden wir ja wohl länder ziehen so mal die ratte ich denke in den nächsten vier karten werden ok werden länder dabei sein wir gehen noch wenig leben tatsächlich aber wenn der gegner schon schatter die aus auf dem one drop gespielt hat i don't know noch so ein lifelinker wäre schön würde ich kaufen ich bleib mal etwas vorsichtiger jetzt wenn jetzt kein remove für die attendance da sind haben wir ab nächster runde auf jeden fall den counterspell offen was ganz cool wäre ok ich glaube ich block nur hier ich habe ein bisschen schiss vor allen möglichen anderen dingen monster roll token hier dieses plus zwei plus null trample und so ok sweet goblin bombardment oh mein gott da ist der lifelinker ja ok wir haben leider kein land goblin bombardment ja das kann uns relativ schnell killen ok zweites rodes gespannt ok hm ja genau das wollen wir nicht ne 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 das wollen wir nicht aber warte mal dann gehe ich auf eins hier fünf ne ne warte mal ich gehe nicht auf eins der kriegt ja nicht bis bald ok ne ist fein kannst du den noch opfern dann gehe ich halt auf vier bin auf jeden fall opfern aber bitte nicht auf den lifelinker den brauche ich noch schieß mal bitte mir an den korb ja akzeptabel ich glaube der lifelinker hat jetzt nämlich einen auftrag der geht jetzt rein und gait nur ein bisschen live ok das soll erstmal reichen ja was wir uns die nation offen und sogar rush und vielleicht noch eine karte ziehen berlin ist nicht schlecht aber auch nicht so schlimm es ist schon immer relativ schnell viele ratten jaja goblin bombardment ist glaube ich auch eine gute karte im limited einfach gerade im rot fühlt schneller ratten als ferris auf dem bord ja leider ja das war gut glaube ich ich glaube das nutzen wir mal um den abzuschießen wird jetzt warten bis wir wort bezahlen und dann opfern und so aber ist das kein ist das nicht ne das stimmt ahja dann ok und schießt er jetzt den lifelinker oh ne ne so war das eigentlich nicht abgemacht ich meine jetzt ist das vermin gerät ist jetzt auch nicht so super klein aber ich denke mal wir werden es jetzt einfach umschießen äh bauten bauten kriegt er wieder zwei token ja kann man hätte man machen können habe ich auch überlegt also mit dem problem bombardment weil ne was glaubst du wieviel haste kreaturen an unsere gegner kann ich hier angreifen hm ja ok ich hab das ich hab das wie ein jahr gelesen ja auf jeden fall keine haste kreatur what okay wir gehen auf eins außer er noch eine kreatur okay ähm okay ähm da gibt es haben wir noch irgendwo ein damage durch irgendwas ach wir haben gewonnen oder nicht das ist doch ne wicked roll Ja, easy, ich habe Spunk. easy danke dir für den tier 1 sub ja nice berries einfach durchgepanzert